Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte ja gesagt, wir machen mal ein Mappen-Update. So, hier ist das erste von meiner Yu-Gi-Yu-Karten-Sammlung. So, dann wollen wir mal anfangen. Hier habe ich das Poster ja und hier sind die ganzen Karten, die ich schon habe. Es sind also, wie ihr seht, noch nicht sehr viele. Ich habe aber schon etliche doppelt. Tja, ihr seht, es fehlen noch jede Menge. So, dann geht es hier weiter. Mit denen geht es weiter. Moment, zum Schluss die paar noch. Hier habe ich schon Doppelte drin. Ich habe aber drüben im Schrank habe ich auch noch welche. Das sind nicht die einzigsten Doppelten, die ich habe. Ja, so sieht zurzeit jetzt meine Mappe aus. Dadurch, dass hier jetzt die Sommerpause von den Ü-Eiern vorbei ist, kommen zurzeit auch nicht so viele Booster-Öffnungen, liegt daran, dass ich mehr jetzt wieder Ü-Eier mache. Aber es geht hier auch dann nach und nach weiter. Gut, das war jetzt dieses kleine, kurze Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.